Hallo Herzlich Willkommen zu meinem ersten Let's Play Shaqs in Fidget Video In diesem Video werde ich euch zeigen wie das neue Update ist, wo man es startet und ab welchem Level man mitbekommen kann Ihr müsst den Schlüssel im Quest finden den kann man erst ab Stufe 1 mitbekommen und wenn ihr ihn gefunden habt würde er dann hier erscheinen und ja wenn ihr den dann habt kriegt ihr auch dieses kleine WC Zeichen das euch dann zu dieser Toilette durchführt Wie ihr seht habe ich schon eine Menge reingetan hab heute schon mein Opa gebracht deswegen steht auch pro Tag ist nur ein Opa hier ja ich bin im Moment Stufe 91 Rang 993 und der beste auf diesem Server ist John Seuss mit 158 Donch ich weiß zwar nicht warum da noch in der Team und zwar nicht steht aber das werde ich dann noch machen ja ich bin hab 106 Donchen Etagen gereinigt und bin beim diesen einen Clown und den werden wir jetzt mal 2-3 übersuchen weil ich hab leider keine 14 mehr und werden wir im nächsten Video wieder etwas kaufen dann werde ich nur ein Video über diesen Dungeon Gegner oder wenn ich ihn jetzt schaffe den nächsten Dungeon machen dann nehmen wir mal an wir schauen uns erste ersten kann ich mal an er ist auch stärke dick mehr ich hab genau 200 Stärke mehr und er hat deutlich mehr aus der Glück hab ich auch viel zu mir mal schauen wenn ich ihn jetzt mal mal töten würde wenn ich ihn jetzt mal mal töten würde ja so naja er ist neustisch muss jetzt nur noch blocken m ja wenn wir mal anschauen jetzt haben wir schon nichts naja wenn ihr einmal zu dem Update Ein normales Item füllt den Mana Tank um 1 und ein episches Item um 2 Punkte. Und wenn wir dann, wenn der Mana Tank da voll ist und wir in dieser Schnur hier ziehen, und wenn wir spielen, bekommt ein neues Item oder irgendwie ein ethisches Item. Wie hier, ich habe hier ein paar Leute gefunden, die solche Items haben und ja schon. Hier oben müsste man sein, der genau der hier. Schildgebenpanzer des Klempners. Sein Vorbesitzer hatte Filze genommen, um sich groß zu fühlen. Alle Abgebote fürs Trager 6. Das ist ein sehr cooles Item, muss ich sagen. Oh, das ist wirklich cool. Monströse Metzl-Wettelhilfe. Metzler-Wetzer-Metzelnösser. Das ist auch ein neues. Verbandszweig der Mumie enthält nur viele Konservierungsstoffe. Verstehe ich nicht oft. Alle drei Hauptoptikote für Mario. Hier. Warte schon. Da ist auch noch neues. Auf dem Grupp hier, das soll ich mir für das noch kommen. Irgendwie hatte ich noch einen. Mal sehen. Mal sehen. Hier. Hochwohlgeborener Hut auf alle Hauptattribute darin erzählt. Ja. Das ist auf Server 1. Ja. Ich werde hier übrigens aufspielen. Checker Domni heiße ich. Ja, das Checker Domni ist bei den Mask gespielt. Und den Tötenleiter bei den Lichtflügeln. Ja. Und. Ich nehme mal auf Server 6 Video zurück. Ja. Naja. Das war's dann jetzt von mir. Es werden. Viel bessere. Das heißt viel bessere. Das Video ist auch gut. Mehr Videos folgen. Und ich würde mich über ein Like. Und ich würde mich über einen kommentar freuen. Also. Bis dann. Tschüss.